Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zum Company-Update von Kutscher-Kopper auf Rohstoff-TV. Das Jahr 2021 war ein entscheidendes Jahr für Kutscher-Kopper, in dem mehrere grundlegende Erfolge erzielt wurden, vor allem der Abschluss der Machbarkeitsstudie. 2022 wird es dahingehend mindestens genauso spektakulär, da man mit einem hochgradigen, kostengünstigen Erschließungsprojekt im Machbarkeitsstudium in einer Tier-1-Jurisdiktion, die von einem florierenden Kupfermarkt unterstützt wird, einzigartig positioniert ist. Grundlegend möchte Kutscher-Kopper die Genehmigung des Projekts weiter vorantreiben und gleichzeitig eine Reihe von wertsteigernden und strategischen Möglichkeiten evaluieren, die sich auf dem Weg zu einer positiven Bauentscheidung bereits jetzt bieten. Im Detail bedeutet das, dass Kutscher-Kopper das Aufwärtspotenzial des Projekts durch verschiedene Maßnahmen aufzeigen möchte. Das Unternehmen möchte primär ressourcennahe und neue Explorationsziele fördern. Zusätzlich soll der Wiedereintritt in den Prozess der Umweltverträglichkeitsprüfung als nächster Schritt zum Abschluss der Genehmigungsverfahren für die Miedenerschließung angegangen werden. Die Durchführung von Gesprächen und Konsultationen mit den First Nations und den Gemeinden, Unterstützung von Vor-Ort-Besuchen und Abschluss von Vereinbarungen zur wirtschaftlichen Beteiligung mit den Taltan und Kaskar First Nations ist dabei unabdingbar. Ebenfalls wird die Evaluierung und, falls gerechtfertigt, die Umsetzung identifizierter Möglichkeiten zur Senkung der Kapitalkosten durch strategische Vereinbarungen und verbesserte technische Studien fortgesetzt. Die Fortsetzung der Risikominderung und Weiterentwicklung des Projekts in Richtung einer Produktionsentscheidung ist dabei immer an oberster Stelle. Zusätzlich zu den Projektverbesserungen konnte auch finanziell ein Meilenstein verkündet werden, der mit einer erweiterten Partnerschaft mit Wheaton Precious Metals und keinen Schulden zu tun hat. Denn mit Hilfe eines Änderungsabkommens hat Wheaton Precious Metals die Schulden von Kutscher-Kopper in eine zusätzliche Edelmetall-Streaming-Beteiligung und Aktien des Unternehmens umgewandelt und damit gezeigt, dass es an die Vorzüge des Projekts und dessen Weg zu einer Produktionsentscheidung glaubt. Als Teil der Durchführung der Änderung emittierte Kutscher an Wheaton ca. 10,5 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 90,8 kanadischen Cent pro Stammaktien unter einem Gesamtwert von 7,5 Millionen US-Dollar und beglich und beendete die ausstehenden Schuldinstrumente des Unternehmens und die Darlehensvereinbarung. Damit besetzt Wheaton Precious Metals nun fast 17,7 Millionen Stammaktien, was ungefähr 15,4% der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Kutscher-Kopper entspricht. Diese Änderung in Kombination mit der positiven Machbarkeitsstudie für das hochgradige Kupfer-Zink-Projekt Kutscher vom November 2022 versetzt Kutscher-Kopper in die Lage, sich auf seine Hauptprioritäten zu konzentrieren. Vorantreiben der Genehmigungsverfahren, Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Projekts, Definition und Exploration zusätzlicher Mineralgesourcen und Evaluierung verschiedener Alternativen zur Finanzierung und Terminerschließung. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificates sein oder werden und ich bin Aktionär des Unternehmens. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.